So, hier haben wir die Restaurantchefin. Stell dich mal vor. Hallo, ich bin die Manuela. Aus Dresden? Nein, aus Kettbus. Was verschlacht dich nach Pirmasens? Nein, wie immer, der Liebe. Und ihr macht Spaß hier im Rheinberger? Im Rheinberger ist es ganz cool, ja. Ich bin ja heute das erste Mal hier, aber es ist wirklich nett hier. Hast du die Kasse schon im Griff? Ich habe die Kasse auch ganz gut im Griff heute Abend. Und ich denke, alles gut. Dankeschön. Ich habe jetzt leider gar keine Zeit mehr. Doch, du musst noch grüßen, deine Verwandte. Ich möchte die Tante Hertha grüßen. Und meine Oma noch, danke. Tschüss. Tschüss.